Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, eure Ernährungstante aus Lüneburg. Ich begrüße euch heute zur neunten Folge, Antrag auf Magen-OP. Und zwar werde ich ganz, ganz häufig gefragt von verzweifelten Patienten, was eigentlich für eine Magenoperation, die bei Übergewicht, also auch Adipositas-OP oder Adipositas-Chirurgie gebraucht wird, was dort für die Beantragung notwendig ist. Die Notwendigkeit bezieht sich immer an, dass ihr als erstes gucken müsst, welches Klinikum, also welches Adipositas-Zentrum ihr nutzen möchtet. Das heißt, schaut euch das in der Nähe an, schaut euch auch Entfernte an oder schaut euch aufgrund von Empfehlungen Zentren an. Ich selber kenne mittlerweile einige Zentren, auch bundesweit, bin daher, glaube ich, gut im Einblick, wie unterschiedliche Zentren funktionieren, als auch inhaltlich ich euch Tipps geben kann, wie das Ganze vonstatten geht. Wenn ihr einen Termin im Adipositas-Zentrum macht, ist es in der Regel so, dass ihr dort eine Mappe bekommt vom Klinikum und der Ersttermin in der Regel bei einem, in der Regel ist der Termin bei einer Fachkoordinatorin oder Fachkoordinator. Das heißt, dort bekommt ihr eine Mappe, wo Formulare schon drin sind zu den Themen, die ich jetzt gleich euch auch erkläre. Das Erste, was vom Adipositas-Zentrum aus auch geklärt wird, ist, je nachdem wie euer BMI ist, welche Länge ihr in Richtung Ernährungsberatung als auch Bewegungsmodule gehen müsst. Es gibt also ein sogenanntes MMK, das Multimodale Therapieprogramm und je nachdem, wie der BMI ist, im 40er-Bereich sind es in der Regel sechs Monate oder auch unter 40 und wenn ich ein BMI ab 50 habe, habe ich in der Regel drei Monate. Das heißt, ich muss über drei Monate den Bewegungspart täglich definieren, also aufschreiben, zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, Sport machen, Sportverein machen. Ideal ist immer, bei der Bewegung auch den Schrittzähler zum Beispiel zu nutzen und immer eine externe Maßnahme wäre hier zu empfehlen, damit jemand extern ist, wie das Fitnessstudio, wie der Sportverein, wie vielleicht auch ein Kurs von der Krankenkasse, der kann ja im Nachhinein bestätigt werden, weil es eine externe Maßnahme ist. So, das heißt, ihr müsstet bei der Bewegung sozusagen drei oder sechs Monate täglich aufschreiben, was ihr an Bewegung macht. Hier würde ich immer gucken, was das Adipositas-Zentrum auch bevorzugt. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass schnelles Gehen, Walking, als auch die Möglichkeit Sportverein, Fitnessstudio, Schwimmen gehen, Schwimmkurse. Es gibt ja vielerlei Möglichkeiten an Sport. Die kann ich mir ja von den Externen ja dann auch bestätigen lassen. Das heißt, ihr könnt auf dem Zettel zum Beispiel einen Stempel drauf machen, eine Mitgliedsbescheinigung noch dazulegen. Wobei eine Mitgliedsbescheinigung eines Fitnessstudios natürlich jetzt nicht die erste Wahl ist, weil dort nicht zu ersehen ist, ob man auch hingegangen ist, sondern das Ziel ist ja, die regelmäßigen Termine wahrzunehmen, weil Bewegung eigentlich wichtig ist, auch für die Gewichtsabnahme. Also an der Stelle schaut euch um, was ihr über drei oder sechs Monate, je nachdem wie der BMI ist, an Bewegung und Sport umsetzen könnt. Für alle die, wo das nicht möglich ist, weil Krankheitsstrukturen da sind, ist die Möglichkeit eines Attestes durch den Arzt, also Hausarzt, Facharzt, Orthopäde zum Beispiel möglich. Da wird das Attest, dass die Bewegung nur eingeschränkt möglich ist, dann mit zu den Antragsunterlagen gelegt. Trotzdem würde ich täglich die mögliche Alltagsbewegung aufschreiben. Und Physiotherapie wäre hier auch nochmal ein Zusatz, der, wenn Beschwerden und Krankheiten da sind, die Bewegung reduzieren oder Sport nicht möglich machen, kann man natürlich auch das Thema Physiotherapie noch nutzen. So, das heißt, die Bewegung haben wir. Dann müsstet ihr gucken, dass ihr möglichst frühzeitig schaut, dass ihr einen Termin für die Magenspiegelung bekommt. Der Hintergrund ist, dass die Magenspiegelung manchmal zwei, drei Monate oder länger sogar im Voraus schon einen Termin vergeben wird. Daher gebe ich immer den Tipp, das möglichst früh zu machen. Bei der Magenspiegelung ist es so, dass eine Magenspiegelung stattfindet und ihr hinterher nicht Auto fahren dürft, solange es eine Betäubung gibt. Also es ist ja so eine Mini-Narkose, sage ich immer, so ein Medikament, das wir so ein bisschen wegdrümmeln. Das heißt, danach dürft ihr nicht Auto fahren. Diese Untersuchung beinhaltet meistens auch eine Biopsie und beide Berichte würde ich mir geben lassen. Der Bericht der Biopsie braucht in der Regel eine Woche. Es gibt aber auch Adipositas-Zentren, die manchmal die Biopsie nicht haben wollen. Das müsstet ihr in Erfahrung bringen. In der Regel ist in den Mappen immer eine Checkliste mit drin und die Fachkoordinatoren, Fachkoordinatoren, Kollegen besprechen das aber mit euch auch. Ansonsten findet ihr auf der Checkliste in der Mappe immer die Rückmeldungen dazu. Also da steht drin, was die Klinik auch gerne haben möchte. Also Magenspiegelung haben wir, Bewegung haben wir. Kommen wir zu meinem Part, die Ernährung. In der Regel braucht ihr über die sechs Monate einmal monatlich, also mindestens sechs bis sieben Termine, eine Ernährungsberatung. Die Ernährungsberatung beinhaltet bei sechs Monaten sechs volle Monate, was meistens sieben Termine beinhaltet, als bei drei Monaten vier Termine Ernährungsberatung mit dem Hintergrund, dass es drei volle Monate sind. Da darf auch kein Tag fehlen. Die Bestätigung der Ernährungsberatung macht dann die zugelassene Fachkraft. Die Fachkräfte könnt ihr bekommen über die Krankenkasse. Ihr dürft euch natürlich auch gerne bei mir melden. Einfach über die Homepage gehen. Wir sind ja ein zugelassenes, Krankenkassen zugelassenes Haus und arbeiten da auch nur mit der Erstattung der Krankenkasse. Das heißt, wer da Bedarf hat, meldet euch gerne. Dann ist es so, dass die Ernährungsberatung eine Bestätigung machen muss am Ende, dass ihr die drei Monate oder sechs Monate als auch vier Termine beim Dreimonats-MMK oder sieben Termine bei sechs Monats-MMK braucht ihr am Ende auch eine Bestätigung. Einige Kliniken wollen auch noch Ernährungsprotokolle. Diese Ernährungsprotokolle ist nicht überall in allen Kliniken gleich. Es gibt Kliniken, die wollen die ersten 14 Tage und die letzten 14 Tage der Ernährungsberatung aufgezeichnet haben. Es gibt auch Kliniken, die mittlerweile mittendrin, also gerade bei den sechs Monaten, auch nochmal nach dem zweiten und dritten Monat oder auch vierten eventuell noch Ernährungsprotokolle haben wollen. Da verweise ich bitte im Schwerpunkt auf das jeweilige Klinikum. Die meisten wollen am Anfang und am Ende die Ernährungsprotokolle haben. Hier ist es so, dass es meistens 14 Tage sind zu Beginn der Ernährungsberatung, um natürlich auch zu schauen, wie ist die Entwicklung, als auch nachher am Ende, um zu sehen, was ihr in der Ernährungsberatung gelernt habt. Die Ernährungsberatung selber ist übrigens diesen OPs vorgeschaltet, als auch die Bewegung mit dem Hintergrund, dass durch Bewegung und Ernährung versucht wird, das Gewicht zu reduzieren, mit dem Hintergrund, dass dann eine OP eventuell ja auch nicht notwendig wäre. Ich weiß natürlich auch, dass viele Patienten schon vieles vorweg ausprobiert haben, aber das ist der Hauptgrund nach Leitlinien. Das heißt, dass man in der Ernährungsberatung und dem Bewegungspart kombiniert versucht, Gewicht abzunehmen. Ganz viele von euch haben das sicherlich über nicht nur sechs Monate, sondern ja über Jahre schon probiert. Ja, so sind die Leitlinien halt daher für euch hier die Rückmeldung. Das ist der Grund, weshalb wir diese Ernährungsberatung dort vorgeschaltet haben oder weshalb sie vorgeschaltet wurde. Was ich persönlich auch sinnvoll finde, was ich schöner finden würde, ist, wenn eine OP-Aufklärung, das, was ich mache, auch stattfindet, damit Patienten, wenn es denn in Richtung OP geht, auch wissen, was da auf sie zukommt. Das heißt, ich richte mich danach, was der Patient möchte und dann gehen wir einfach gemeinsam den Weg, ob mit oder ohne OP, als auch eine gegebenenfalls Vorbereitung, wenn das alles noch nicht so ganz klar ist. Die Ernährungsprotokolle müssen dann auch dem Antrag zugelegt werden. Ihr braucht dann noch einen sogenannten Diätverlauf. Das bedeutet, dass man über die letzten zehn Jahre die Jahreszahlen aufschreibt und neben die Jahreszahlen einmal seine Diäten notiert, als auch die dazugehörige Gewichtsabnahme. Dieser Diätverlauf ist dafür da, dass man einmal einen Überblick bekommen kann, welche Diäten in der Vergangenheit gemacht wurden, also welche konventionellen Methoden ihr in der Vergangenheit ausprobiert habt und die natürlich in der Regel ja mit Jojo-Effekt auch gescheitert sind. Daher in den Gewichtsverlauf auch immer die Gewichtsabnahme und eure Zunahme danach und das beides zusammen eintragen, dann weiß man, wie da der Verlauf ist. Häufig steigert sich ja über die verschiedenen Diäten auch das Gewicht über die Jahre. Dann braucht ihr idealerweise zwei, drei Atteste, vielleicht auch vier, aber zwei wären super. Ja, die ideale Version der Atteste von den Ärzten wäre, dass euer Hausarzt, auch ein Facharzt bestätigt, dass es gut wäre, dass ihr in die OP geht und die OP euch bei der Gewichtsabnahme unterstützt. Das heißt, dass hier Mediziner da sind, die die Magen-OP auch bestätigen und gegebenenfalls hinterher für euch natürlich auch da sind. Dann ist es wichtig, dass ein Psychologen-Termin stattfindet. Dieser psychologische Termin ist in der Regel ein einmaliger Termin, wo es darum geht, dass die Psychologen Kontraindikationen herausfinden müssen und ob jemand dann auch ein psychologisches Gutachten bekommt, ob er auch die OP machen darf. Diese Psychologen-Termine sind keine Hexenwerke und keine Katastrophen-Termine in der Regel, sondern die müssen einfach bestätigen, dass bestimmte Erkrankungen bei euch nicht vorliegen. Ganz häufig gibt es eine Empfehlung, dass viele Patienten auch hinterher sich einen Psychologen suchen sollen, was natürlich in der Sache der Natur liegt, weil es um die Verhaltensänderung geht. Allerdings draußen Psychologen zu finden, die einfach Zeit und Platz haben, ja, das ist ein Fall für sich. Also ich finde solche Empfehlungen gut, aber ich finde es schwierig in einer Zeit, wo ich sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate und länger überhaupt warten muss, geschweige denn Ablehnung habe, weil Psychologen überhaupt keine Leute mehr nehmen. Aber für diese Psychologen-Termine kann ich euch nur empfehlen, die Psychologen zu nehmen, die die Kliniken empfehlen, weil das in der Regel welche sind, die sich mit den Magen-OPs auskennen und auch wissen, was sie da machen müssen. Dann braucht ihr noch einen Medikamentenplan, sofern Medikamente eingenommen werden. Den könnt ihr übrigens in der Regel vom Hausarzt ausstellen lassen. Das ist also kein Problem. Und das Letztere, ich hoffe, dass ich jetzt an fast alles gedacht habe, ist der sogenannte Motivationsantrag. Das heißt, ihr müsst einen Antrag auf eine OP stellen und Motivationsantrag bedeutet, dass ihr eure persönliche Motivation dort noch niederschreibt. Das heißt, die Kliniken können ja gegebenenfalls auch direkt operieren, was einige ja auch machen. Das heißt, wenn die wissen, dass die Krankenkassen nach den Leitlinien gehen und schauen und dann die Klinik die Unterlagen von euch hat, dann gibt es Kliniken, die direkt operieren. Trotzdem geht es am Ende immer um das Geld. Daher brauchen die Kliniken auch die Anträge und die sollen natürlich auch richtig sein. Das heißt, die Fachkoordinatoren gucken, wenn ihr eure Unterlagen alle zusammen habt, sich die Unterlagen auch nochmal am Ende an und geben das Go dann für die OP eventuell, was an einem bestimmten BMI hängt. Also zum Beispiel, wenn auch ein 60er, 70er BMI da ist und auch beim 50er BMI gibt es häufig die Möglichkeit, dass ohne Kassenzusage operiert werden kann. Hier verweise ich aber immer auf das jeweilige Klinikum und die jeweilige Lage, weil das kann sich auch schnell mal alles ändern und auch ist immer eine Einzelfallgeschichte. Aber so sind die Erfahrungen der letzten Jahre. Bei einem 40er BMI ist es in der Regel so, dass die Kliniken und auch darunter immer die Zusage, die Kostenzusage der Klinik haben wollen. Aber wie gesagt, es kommt auf den BMI und auf die Klinik darauf an. Dann fragt einfach in eurem Adipositas-Zentrum, wie das in eurem Einzelfall mit der OP ist. Die Unterlagen, wenn die von dem Fachbereich Adipositas-Zentrum, also den Fachkoordinatoren oder Koordinatoren durchgeguckt wurden, bekommt ihr als Patient, wenn ein Antrag bei der Kasse gemacht werden muss, die Unterlagen wieder. Ja, meistens kommt noch ein Schreiben vom Klinikum dann dazu oder das Schreiben vom Klinikum geht sozusagen direkt zur Krankenkasse. Dann würdet ihr eure Unterlagen gesammelt bei der Krankenkasse abgeben und dann muss man einfach abwarten, bis die Krankenkasse sozusagen den Fall bearbeitet hat. Hier kann es zwischen 14 Tagen, 4 Wochen oder auch länger dauern. Das hängt immer so ein bisschen ab, wie viele Anträge, wie viel Struktur, wie die organisiert sind. Und oftmals gehen die Anträge auch noch, weil es alles noch Einzelfallentscheidungen sind, in der Regel zum MDK. Aber es gibt zum Beispiel Strukturen, wenn Diabeteserkrankungen da sind, Schlafapnoe da ist, dann ist es so, dass auch Krankenkassen unter den richtigen Leitlinien und auch unter den, wenn der Antrag natürlich auch stimmig ist, schneller Entscheidungen treffen können, gegebenenfalls auch ohne MDK. Hier ist aber jede Krankenkasse auch ein bisschen unterschiedlich unterwegs, auch in den Fachabteilungen unterschiedlich unterwegs. Von daher muss ich da leider darauf verweisen, wie die dann verfahren. So, jetzt hoffe ich, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt, was ihr alles für einen Antrag für eine Magen-OP. Übrigens ist das auch egal, ob es ein Schlauchmagen oder Magen-Bypass, ein Sadi oder ein Omega-Loop werden soll. Also die verschiedenen Methoden, die beantragt werden. Die Unterlagen, die Antragsunterlagen sind da fast alle gleich. Und sie gleichen sich auch bundesweit in der Regel zu, ich sag mal 99, 98 Prozent. Kleine Feinheiten gibt es natürlich immer. So, dann habt ihr den Einblick bekommen. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra. Tschüss.